Wenn Sie die Westen über den Kopf stellen, führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte entschließen. Sie ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, Sie haben einen großen Griff, um die Weste aufzublasen. Wenn Sie das Flugzeug durch ein Notfektor verlassen, blasen Sie die Weste erst außerhalb auf. Falls erforderlich, benutzen Sie den Noten-Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch hoch. Wenn Sie das Flugzeug verlassen, können Sie das Flugzeug verlassen. Sie haben einen Blick auf die Informationsfrage mit allen Sicherheitskreisen, die sich in Ihrer Sitztasche befinden. In dieser Karte finden Sie auch die Schutzhandlungen, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden können. Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und leuchtet auf den Boden zeigenden Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass der nächste Notausgänge für Ihnen sein kann. Bei einer Erkrankierung lassen Sie die Gepäckstücke zurück. Please have a look now at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. In this card you also find the illustration for safety position that you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please check particularly no to the location of the emergency exits. The market accordingly and on a strip summer flow will guide you these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation leave, in all parts of the longs of the day. Dieser Flug ist ein Nichtrauchenflug. Zum Start stellen Sie bitte die Rücklehne wieder senkrecht, flacken Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenbrennen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Neusteller Neustellen und den Anweisungen der Besatzung folgen zu leisten. This flight is a non-smogged flight in preparation for take-off. Make sure that your seat back is upright, your table is folded away, under window shades are open. You are required by Lord to accept all signs and to follow all instructions given by the room. You are required by Lord to accept all signs and to follow all instructions given by the room. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es ist eine Beziehung von der Hohenburg, der in der Hohenburg ist eine Beziehung von der Hohenburg. Das war's für heute. Gut, 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 gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020